So, jetzt haben wir den Anstieg endlich hinter uns. Es ging eigentlich, aber es war schon ein bisschen anstrengend. So, jetzt sind wir hier schon beim Schloss. Aber es geht trotzdem noch ein bisschen nach oben. Schön, dass dann gar nicht aufgesteilt wird. Ach, der kurze Weg ist abgeschlossen. Doch, wirklich? Jeden Kennzeichner ist immer bei Küche. Tschüss. Tschüss. Dann müssen wir wohl den langen Brücken nehmen. Jetzt sind wir hier auf dem letzten Abschnitt oder Aufstieg zum Schloss. Und ja, hier geht es auch noch mal richtig hoch, aber wir haben schon so viel hinter uns. Das letzte Stück schaffen wir jetzt auch noch. Ja. Ich nehm' jetzt so. Ja. Ich darf's sagen, wir sehen gleich. Hallo. Wo ist sie? Da waren wir vorhin der Glocken. Und vorhin waren wir da, ganz da oben auf dem Glocken. Wir sind heute den ganzen Tag ganz, ganz oben gewesen. Vorhin beim Glocken und jetzt hier am Schloss. Wir machen Höhentraining. Oh, das ist ein Auto. Oh, das ist ein Auto. Ich habe mich nur erschrocken. Hey, was ist das denn? Oh, das ist ein Auto. 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 Bleib da. Bordauw Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, was ist das? Was ist die Gedrug? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020